Der Konsumgüterhersteller Henkel will mindestens 2000 Arbeitsplätze abbauen. Was das für dich als vielleicht davon betroffenen Mitarbeiter bedeutet, das erkläre ich dir in diesem Video. Ich sage dir auch, wie du dich im Vorfeld eines solchen Stellenabbaus bestmöglich positionierst und wann du ganz konkret Hilfe brauchst, einen Anwalt brauchst und in welchen Situationen du vielleicht erst mal auf Zeit spielen kannst. Und am Ende gebe ich dir noch einen wichtigen Tipp, den du möglichst sofort umsetzen solltest, weil er dir im Falle eines Falles eine Menge Geld sparen kann. Aber zunächst einmal, was ist passiert? Der Konsumgüterhersteller Henkel will im Zuge eines Konzernumbaus mindestens 2000 Arbeitsplätze abbauen, berichtet das Handelsblatt im Internet jedenfalls. Und im ersten Schritt will der Konzern bis Ende 2023 rund 2000 Stellen vor allem in Vertrieb und Verwaltung streichen. Also das im ersten Schritt. Es ist noch nicht so richtig klar, wo das passiert, wie viele Arbeitsplätze konkret in Deutschland wegfallen. Aber der Großteil der Henkelverwaltung sitzt in der Düsseldorfer Zentrale. Und man kann jetzt nur vermuten, dass hier möglicherweise viele Mitarbeiter betroffen sind. Und im zweiten Schritt soll es dann auch in die Bereiche Produktion gehen, um dort dann eben die Kosten zu drücken. Ganz konkret, es wurde dazu noch nicht gesagt, aber allgemein ist das immer eine Situation, die für Mitarbeiter natürlich sehr beunruhigend ist. Auch wenn hier der Chef Knobel zitiert wird, dass es das klare Ziel ist, betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen. Das ist ja erstmal ein löbliches Ziel, aber sowas wird im Vorfeld eigentlich nahezu immer erzählt. In der Praxis sieht es dann aber oft anders aus. Erstmal Kündigungen ausschließen und Stellenabbau bedeutet meistens das Verhandeln von Aufhebungsverträgen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn der Arbeitgeber sagt, er will betriebsbedingte Kündigungen ausschließen, dann sind davon ja nicht verhaltensbedingte und personenbedingte, also zum Beispiel krankheitsbedingte Kündigungen betroffen. Das bedeutet, in diesen Situationen gucken Arbeitgeber natürlich immer besonders, wenn sie irgendeine Gelegenheit finden, eine Kündigungsoption finden. Und deswegen ist erste Grundregel für Arbeitnehmer in solchen Situationen immer, nicht angreifbar werden, nichts tun, was den Arbeitgeber zu einer Abmahnung oder zu einer verhaltensbedingten Kündigung berechtigen würde. Ja, keine Fehler, ich will nicht sagen Dienst nach Vorschrift, aber im Zweifel lieber einen Gang runterschalten, kein riskantes Verhalten, natürlich auch nicht unnötig mit irgendjemandem in den Streik geraten, sich nicht unnötig selbst auf die Abschutzliste setzen. Das macht man in der Regel automatisch. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die man nicht automatisch macht und die im Zweifel aber große Nachteile haben können. Ich will da jetzt auch hier Henkel nichts unterstellen, aber ich habe es in der Vergangenheit in großen Konzernen immer wieder erlebt, dass im Vorfeld von Kündigungen schon Umbaumaßnahmen stattfanden. Also ich meine jetzt nicht die Umbaumaßnahmen als Baumaßnahmen, sondern den Umbau in der Personalstruktur. Das heißt, bestimmte Arbeitnehmer, Klammer auf, die man vielleicht später loswerden will, Klammer zu, gibt man in bestimmte Abteilungen, man ändert Aufgabenbereiche. Hier musst du im Vorfeld vorsichtig sein. Das heißt, wenn hier, und das kann noch so positiv dargestellt werden, aber wenn du hier die Abteilung wechseln sollst oder bestimmte Tätigkeiten sich ändern und so weiter, ist Vorsicht geboten. Bei allen Maßnahmen, die dein Arbeitsverhältnis betreffen, den Inhalt und so weiter ändern, ist immer Vorsicht geboten. Auch Änderungsverträge, Vorsicht vor Unterzeichnungen, auf jeden Fall vorher prüfen lassen. Der Betriebsrat in solchen Fällen wird ja involviert. In der Regel wird ein Sozialplan gemacht. Das ist erst mal gut, dann hat man immer so eine gewisse Basis, auch bei den Abfindungsverhandlungen. Aber solange der nicht da ist, musst du natürlich immer daran denken, wenn du vorher eine Vereinbarung machst und dir da nicht entsprechende Rechte vorbehältst, dann kann das sein, dass du hinterher traurig bist, wenn die, die nach dir gehen, dann mit viel mehr gehen. Das ist so ein Problem. Es kann natürlich in Extremfällen auch mal anders sein, wenn jetzt das Unternehmen nicht so gut geht, aber davon würde ich jetzt bei Henkel im Moment zumindest nach dem, was man hier hört, nicht ausgehen, so dass es da in der Regel schon so ist, dass wer da energischer zockt, der kriegt am Ende des Tages auch mehr raus. Denke immer dran, wenn du etwas unterschreibst, solche Unterschriften lassen sich kaum rückgängig machen. Es gibt keine seriösen Angebote, die nicht Zeit haben. Das heißt, im Zweifel wartest du einfach und lässt das erst mal prüfen. Wenn der Arbeitgeber dir Angebote auf dem Flur macht, dann bittest du ihn, dir das schriftlich zu machen. Auch lukrative Angebote sollte man immer prüfen lassen. Manchmal sind zwar die Rahmenbedingungen sehr gut, aber es gibt einzelne Regelungen im Vergleich, die sehr nachteilig sind. Oder es werden Dinge vergessen, gerne die Zeugnisnote und solche Sachen. Das macht im Nachhinein keinen großen Spaß, wenn man das dann nochmal alles aufdröseln will, beziehungsweise man kann es gar nicht, wenn man sich seine Rechte da nicht gesichert hat, dann kann man vielleicht hinterher gar nichts mehr machen. Also die Zeit für eine rechtliche Beratung sollte immer da sein. Da komme ich jetzt zu meinem Tipp. Wenn du noch keine Rechtsschutzversicherung hast, dann empfehle ich dir, zügig eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Denn wenn es dazu kommt, dass du vielleicht auf die Abschlussliste gerätst oder der Arbeitgeber, manchmal machen ja Arbeitgeber, helfen ja auch ein bisschen nach, bestimmte Arbeitsbedingungen verschlechtern will oder du vielleicht sogar Mobbing oder Bossing ausgesetzt bist oder was auch immer. In all diesen Fällen ist es sehr, sehr gut, eine Rechtsschutzversicherung zu haben. Wenn du keine hast, dann suche dir auf jeden Fall eine mit einer kurzen Wartefrist. Es gibt Versicherungen mit einer Wartefrist von nur drei Monaten, denn nach den Plänen hier muss man durchaus davon ausgehen, dass das jetzt hier zügig umgesetzt wird. Wenn dich solche Videos interessieren, wenn du wissen willst, wie es hier weitergeht, ich behalte das im Auge, dann abonniere gern diesen Kanal. Wenn du selbst ein Problem hast, wenn du schon das Gefühl hast, du bist auf der Abschlussliste oder der Arbeitgeber schon gegen dich vorgeht oder wenn du einen Aufhebungsvertrag hast oder bestimmte mündliche Angebote, in all diesen Fällen kannst du unser Angebot einer kostenlosen telefonischen Erstberatung nutzen. Du kannst unter dieser Nummer anrufen, einen Termin vereinbaren oder unten in der Beschreibung findest du einen Link und da kannst du eine schriftliche, also eine Anfrage per E-Mail starten.